Das dritte von der CD links? Ja. Okay, ja super. Und du bist auch ein bisschen nervös zum Mitspielen im Film-Up? Ja, sehr. Ich zitter fast. Muss nicht, weisst du, jetzt machen wir es so. Jetzt gehen wir schnell zusammen einatmen. So. Jetzt sind wir zusammen wieder ganz ruhig. Schauen wir uns einen Ausschnitt an und ich stelle dir eine Frage dazu. Ja. Ist das gut? Ja. Okay, Film-Up. Wartet! Eddie sagt die Wahrheit. Ich habe einen Roman gelesen über Mr. B. Ein recht gutes Buch. Und Eddie hat mich falsch verstanden. Das Ganze ist ein grosses Missverständnis. Also dann, Leute, ist alles aufgeklärt. Geht nach Hause. Ja, also, Corinna, hast du gut aufgepasst? Ja, ich hoffe es schon, ja. Ich hoffe es auch für dich. Den Herbert von Geyer-Jan haben wir bis jetzt kennengelernt. Der ist ja ganz kurz einmal zu sehen gewesen. Und ich möchte wissen von dir, wo hat er vorgeschaut? Zein Sekunden hast du Zeit und die Zeit läuft jetzt. Hinter am Vorhang, beim Fenster. Hinter am Vorhang, beim Fenster. Hast du ihn wirklich gesehen? Ja. Ganz sicher? Ja. Wirklich? Ja. Hm. Ja, Corinna, das stimmt. Das schauen wir uns jetzt an. Natürlich! Corinna! Natürlich stimmt's! Ups. Siehst du es? Kay geht hinten raus. Corinna, Gratulation. Für dich gibt es ebenfalls zwei Kinotickets. Danke. Ja, bitte. Ist gerne geschehen. Was kannst du schauen? Harry Potter kann ich nicht schauen. Wir haben es schon reserviert für Harry Potter. Jetzt kann ich etwas anderes schauen. Das ist auch sehr gut. Kannst du auch lange benutzen. Schicken wir zu dir nach Hause. Viel Spass auf jeden Fall im Kino. Danke. Tschüss, Corinna. Mach's gut. Schönen Tag noch. Bye-bye. So, ja, also, ich habe es am Anfang gesagt. Morgen im Live ist die Weltpremiere vom neuesten Song von Piero Esteriore am 10 vor 12. Und ebenfalls mit dabei, da bei uns im Studio, werden die Gewinner-Kids von der Junior Dance Academy und sie werden zum allerersten Mal ihre Choreografie zum Besten geben. Das darf ich dir auf gar keinen Fall verpassen. Das gibt es aber erst morgen. Jetzt kommt Jackie Chan. Dabei wünsche ich euch viel Spass.